Liebe St. Pauli-Fans, wir wünschen euch frohe Festtage, frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit mit eurer Familie und sehen uns dann in alter Frische im Jahr 2016 zum ersten Heimspiel. Dem kann ich mich nur anschließen, macht euch ein paar nette Abende, was Schönes zu essen, genießt die Feiertage und einen guten Rutsch. Und haltet euer Gewicht. Ganz wichtig. Ja, also ich möchte erstmal sagen, dass ich mich freue, auf so ein positives Jahr 2015 zurückblicken zu können. Eine nicht ganz so leichte letzte Saison gut beendet und diese Saison gut angefangen und jetzt stehen wir auf einem ganz ordentlichen Platz in der Tabelle und ich glaube, so lässt es sich gut in die Winterpause gehen. Ja, in der Tat. Dementsprechend lasst es euch gut gehen über die Feiertage, haut ordentlich rein, lasst es euch schmecken, dann werdet reichlich beschenkt und sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Ja, schön, ja, ich glaube, viel mehr kann man gar nicht hinzufügen. Nein, von mir auch eine schöne Zeit für euch, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hoffen, dass wir an die Leistung jetzt im letzten Halbjahr, vor allen Dingen natürlich, ja, was die Position in der Tabelle anbelangt und eine erfolgreiche Saison, dass wir da auch 2-16 anknüpfen können und ich denke, mit eurem Support, ja, sollte das Ganze auf guten Beinen stehen und wir da in eine erfolgreiche Zukunft blicken können. Amen. Amen.